Sag mal Olli, gut, dass die anderen Leute draußen arbeiten, oder? Das ist so geil. Wir haben eine richtig geile Zeit hier. Ja, wir haben was Spezielles für euch, oder? Peter, hast du das alles auf der Maschine schon? Läuft das Ding? Maschine läuft. Okay. Messe. Messe. Ja Olli, ich geb dir mal das Ding, weil du machst jetzt die Messe-Einleitung. Ganz offiziell, Peter. Leute, Messe-Einleitung vom Olli. Bitte sehr. Musikmesse Samstag, 14.04. Ist ja Messe-Samstag. Genau, Messe-Samstag. Nicht dieser, sondern nächste Woche. Alle vorbeikommen. Ihr wisst ja, Musikmesse Frankfurt ist nicht mehr so das, was mal war, oder? Naja, ich meine, Leute, man verändert sich. Ich krieg zum Beispiel Bart, die Messe ist nicht mehr so cool wie früher. Der Olli kriegt nur noch graue Haare, ganz klar. Der Silberrücken. Ja, der Silberrücken. Und wir haben irgendwann mal angefangen, die Messe mehr oder weniger zu uns zu verlagern. Peter, da ist doch wirklich alles drauf. Sehr gut. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ganz genau. Und die Leute kommen wirklich hierher und freuen sich, weil bei uns gibt es so mehr Gitarren als auf der ganzen Musikmesse. Mittlerweile klopfen die Hersteller bei uns an. Genau. Schaut im Blog, da stehen die ganzen Hersteller. Wir haben Aktionen, 20% Rabattaktion. Rabatt, Rabatt ist überhaupt das Ding, oder? Rabatt ist das Stadt in Afrika. Wir haben echt an den Tagen ein paar Rabatte hier für euch ausgearbeitet, hier vorne hingelegt. Da kann man wirklich mit uns reden. Wie gesagt, es handelt sich um Teile, die neu sind, die vielleicht von der Messe halt dem schon kommen. Neuigkeiten, teilweise auch Sachen, die wir halt dem schon länger da haben. Also kommt vorbei. Und vor allen Dingen, Leute, am Samstag von 10 bis 20 Uhr. Ja, also für den Offenbarer von 10 bis 8. Ne, ist ganz einfach. Von 10 bis 8? Ja, von 10 bis 8. Aber ich habe hier stehen, 16 Uhr Elektron-Workshop mit Cenk, wie heißt der? Cenk Seinly. Kreative Performance, viele Infos zu Elektron-Synthesisern. Da müsst ihr kommen. Ja, aber Moment. Findet statt in der Band-Schmiede. Ja. Genau, das ist die Musikschule neben dran. Übrigens eine sehr gute Musikschule mit wirklich ganz coolen Lehrern. Aber was noch viel geiler ist, ich habe auch so einen Spickzettel und ich bin natürlich bestens vorbereitet. Um 13 Uhr. Ollis Workshop. Ollis Workshop. Das ist mein Workshop. Unser Olli macht die Workshop. Er zeigt euch zum Beispiel, was man mit E-Gitarre so alles anstellen kann. Das bedeutet Fragen zum Thema E-Gitarren. Es geht um Historie. Historische. Historische. Genau. Ihr wisst ja, wir beide sind schon... Wir sind schon 50. Boah, langsam geht es in Richtung... Okay, also ich werde bald 60, der wird schon bald 65. Ja, und wir kennen uns schon wirklich fast 30 Jahre mittlerweile. Und ihr wisst ja, man sammelt da so einiges an Wissen an. Und der Olli verrät euch alles. Ich halte mich da eh ein bisschen bitte. Ich verrate nicht alles. Ich halte so ein paar Sachen noch. Okay, gut. Aber, da gibt es irgendwas geiles von der Darin. Der Andi ist da. Der Andi ist da von Gibson. Von Gibson. Auf jeden Fall. Wird euch Gitarren einstellen. Wird da sein zu Rat. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch an Gibson nervt. Samstag. Samstag ist der Tag. Geht zu ihm nicht zu uns. Andi, was ich schon immer wissen wollte und so weiter. Was cool ist halt denn, wir haben von Dardario eine Restring-Aktion. Das bedeutet, es gibt gratis New York XL Seiten. Und die Seiten sind geil. Ohne Scheiß. Und die Seiten sind sehr geil. Momentan die besten Seiten. Die sind top. Wie gesagt. Dardario NYXL. Schleichwerbung. Aber absolut gerechtfertigt. Wie gesagt. Ihr könnt eure Gitarre mitbringen und dann wird die Gitarre mit neuen Seiten von Dardario nochmal aufgezogen. Bitte beachtet, dass am Samstag hier die Hölle los sein wird. Also kommt nicht hier an und sagt, ich muss aber gleich ins Studio. Sondern nehmt Zeit mit. Oder wenn ihr ins Studio geht, dann geht halt eben ins Studio ohne neue Seiten. Dann ist es halt eben euer Problem. Kann ja halt mal passieren. Zeit muss sein für sowas. Weil Seiten einstellen und dann gibts mir wohl was. Tare einstellen, Hälse einstellen. Dauert. Das muss mit Liebe gemacht werden. Muss doch genau sein. Und Liebe braucht Zeit. Liebe braucht Zeit. Nein, nein. Ohne Druck keine Liebe. Und ich habe schon gesehen, es gibt da viele Sachen bei den Blaseinstrumenten. Es gibt viele Sachen. Also Dardario Upgrade. Guck mal, ich habe hier so einen geilen Zettel. Vergleiche kostenlos verschiedene Rico-Sachsformenblätter. Ja, wir reden über Gitarristen. Wir reden auch über Bläser. Die Bläser werden genauso versorgt. Es geht um Blätter. Und nicht nur die. Und nicht nur die. Ihr müsst euer Sachsformen mitbringen. Ja. Wir reden aber auch über Schlagzeuger. Überschläger? Ja, Überschläger und Schlagzeuger. Schlagzeuger sind ja auch Musiker, habe ich mir sagen lassen. Ich spiele ja auch seit einem Jahr Schlagzeug. Schlagzeuger sind doch die, die mit Musikern... Wie war das? Nein. Also das sind die, die ich immer brauche. Okay. Aber davon gibt es ja nicht so viele. Ey, scheiß Telefon. Warte mal kurz, ich muss mal aufwägen. Und da ist einfach so, da kriegt ihr zum Beispiel Gratisfälle, UV1-Nährfälle. Und die... Wir reden über Evans-Fälle. Genau. Wir reden über Evans. Muss doch schon genannt sein. Aber wenn die Jungs sich schon die Mühe machen, herzukommen. Genau. Es geht um Evans. Es geht um Dardario. Und es geht um... Um Verlosung. Verlosung. Rico. Rico Saxophonblätter. Man, ey komm, wir müssen schon sagen. Ey. Dardario, Rico, Evans. Genau. Ihr seid am Start. Genau. Dann gibt es halt dem dann den Andi Knapp von Gibson. Da gibt es den Olli mit Geschichte. Da gibt es den Elektron-Workshop. Da gibt es unheimlich viele Leute, die hier sagen und bla bla bla. Die einfach da sind, um euch halt eure Fragen zu beantworten. Wir freuen uns auf euch. Es gibt Getränke. Es gibt Essen. Es gibt Essen und es gibt eine Verlosung. Es gibt eine Verlosung. Und zwar wird verlost. Es wird verlost. Ein sehr heißer HD 25 Plus Kopfhörer. Der geilste Kopfhörer, den es gibt. Den habe ich schon seit über 20 Jahren. Der Marco, der sagt, glaubt mir das. Da ist was Wahres dran. Und das wird halt eben noch eine Universal Audio. Arrow Audio Interface in Wert von 594. Die will ich haben. Das finde ich in Ordnung. Scheiße. Die wird auch verlost. Also Leute. Am Samstag. Der 14. Viertel Laden vor Ort verlost. Nichts E-Mail anmelden. Ihr müsst geladen kommen. Von 10 bis 20 für die Offenbacher. Von 10 bis 8. Und Leute. Kommt vorbei. In die Hanauer Landstraße 338. Wir warten auf euch. Messe Samstag. 14. Viertel. Tschö. Peter macht das Ding aus. 1. 5. 8. 6. Vielen Dank.